Wer will die Reinen von den Schuldigen scheiden? Wer will die Reinen von den Schuldigen scheiden? Und welcher Reine hat sich nicht befleckt? Es wird die Sichel Kraut und Unkraut schneiden, Wenn sie des Erntetages Spruch vollstreckt. In jedem Torweg steht geheim ein Rächer. Uns allen ist der Bitterton gemein. Schlagt mich ans Kreuz. Es soll der Schecher mit ihm im Paradiese sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.